Hallo und willkommen bei Vanissas Vlog. Heute möchte ich mich mal an einer so einer Spielkette für den Maxi-Cosi versuchen. Ich habe hier mal so ein gekauftes Modell als Orientierungshilfe, also sowas, was man vor das Kind vor den Maxi-Cosi spannt, wo es dann ein bisschen dran rumproddeln kann und beschäftigt ist. Das soll das Ganze werden und ich habe folgendes Material dafür. Einmal habe ich diese Gummikordel, da wird das Ganze dran aufgehängt. Dann habe ich ein oder drei verschiedene Stoffe, rosa Farben, irgendein Sterne Streifen. Ich habe mir hier Vorlagen zurecht geschnitten, da gehe ich gleich noch drauf ein. Dann habe ich hier so rosa Satanband, da werden die Sachen mit aufgehängt. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Weißring aus Naturholz, den möchte ich da eventuell mit integrieren, mal gucken. Und ich habe Holzperlen, naturfarbene. Also das Farbkonzept ist rosa, naturfarben. Mal gucken, wie das später aussieht. Ja, ich habe im Vorfeld schon folgende Sachen gemacht. Und zwar habe ich mir drei verschiedene Vorlagen, drei verschiedene Schablonen zurecht gemalt. Und zwar habe ich für diese Schablonen so Ausstechförmchen für Plätzchen genommen. So für Kinder diese Plastikdinger ganz einfache. Und habe mir die aufgezeichnet und habe dann die Umrandung noch um einen Zentimeter erweitert für meine Nahtzugabe. Und jetzt habe ich hier Teddy Herzchen Stern. Und diese drei Schablonen habe ich auch schon ausgeschnitten aus dem Stoff. Also einmal hier den Streifen Stoff für das Herz. Und in das Herz kommt Knisterfolie, damit das Ganze ein bisschen interessanter wird. Dann habe ich aus dem Sternchen Stoff den Stern zugeschnitten. Der wird ein bisschen gepolstert mit Füllwatte und dann kommt da so ein Klimperteil rein. Und aus dem Pünktchen Stoff habe ich den Teddy ausgeschnitten. Sieht jetzt bei dem Stoff noch ein bisschen unspektakulär aus. Ich hoffe, wenn das genäht ist, sieht es besser aus. Und bei dem Teddy werde ich so Perlen in die Händchen und Füßchen reinstecken und den Rest dann auch mit Füllwatte so ein bisschen ausstopfen, dass da auch was anderes zu erfüllen ist. Ja, so ist der Plan. Die Schablonen kann ich euch gerne scannen und zur Verfügung stellen. Aber ihr könnt das natürlich auch selber machen mit allen möglichen Formen oder ihr denkt euch selber was aus. Also das war jetzt so meine Vorgehensweise. Aber da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr andere Vorlagen oder Schablonen oder möchtet andere Tierchen oder was auch immer. Also das muss ja nicht sein. Aber ich stelle es euch gerne zur Verfügung. Also ich habe mir jetzt schon mal folgende Teile vorbereitet. Und zwar habe ich mir meine Schablonen jeweils in doppelter Stofflage zugeschnitten. Also jeweils zwei Stück. Und dann habe ich mir wie gesagt diese vorhandene Maxi-Cosi-Kette mal genommen und habe die mal ausgemessen, damit ich da maßlich irgendwie einen Anhaltspunkt habe, dass das hinterher vernünftig aussieht. Und zwar hat die so 42 Zentimeter in der Länge. Und dann noch jeweils ungefähr fünf Zentimeter für die Schlaufen. Und dann lasse ich noch so ungefähr zehn Zentimeter Spielraum. Ein bisschen mehr sogar noch. Einmal für den Knoten an den Seiten. Und wenn man später die Perlen auffädelt, dann gehe ich davon aus, dass das Ende immer ein bisschen ausfranz und dass man da nochmal nachschneiden muss. Deswegen lasse ich da noch ein paar Zentimeter dran. Also habe ich die Kordel insgesamt 65 Zentimeter lang zugeschnitten. So, die brauchen wir später. Und meine Anhänger, die müssen natürlich auch aufgehängt werden. Dann mit dem Satamband hier. Da habe ich drei Stücke a 15 Zentimeter zugeschnitten. Die werden in den Anhänger eingenäht und dann später um die Gummikordel geknotet. Und ja, drei Stück a 15 Zentimeter. Das alte Ding kann weg. So, ich nähe jetzt erstmal die Anhänger zusammen. Ich zeige euch das mal anhand des Sternchens. Und zwar liegt hier die beiden Teile rechts auf rechts zusammen. Ich nähe das so zusammen. Und das Bändchen für den Anhänger legt ihr zwischen die Stoffschichten. Und ich mache das so. Die geschlossene Seite wird eingenäht und die offene Seite nehme ich dann später zum Zusammenknoten an der Gummikordel. Also ich lege das Bändchen mit der geschlossenen Seite in eine Ecke von dem Sternchen. Und da wird das dann halt mit der Naht beim Zusammennähen festgenäht. Und wenn man die Stoffe dann später wendet, ist das Bändchen außen. So, das wird hier einmal fest. Und dann nähe ich das Sternchen jetzt halt mit dem 1 Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Ihr müsst dabei nur darauf achten, dass ihr euch nicht aus Versehen das Bändchen hier innerhalb des Sternchens irgendwo festnäht. Und daran denken, eine Wendeöffnung zu lassen. Irgendwo. So, mein Sternchen ist fertig zusammengenäht. Hier ist meine Wendeöffnung. Ich wende das Ganze jetzt einmal. Dadurch kommt das Bändchen nach außen. Achso, bevor ihr wendet, könnt ihr bei den Sternchenspitzen die Ecken abschneiden. Dann lassen sich die Ecken nämlich besser ausarbeiten. Also nochmal wenden. So, jetzt geht ihr mit der Schere oder mit dem Stift oder irgendwas. Einmal in jede Ecke und stimmt die schön nach außen. Und dann wird das Sternchen mit Füllung. Füllwatte gefüllt. Ihr füllt das ungefähr so bis zur Hälfte. Und dann wollte ich in das Sternchen ja diesen Klangkörper einnähen. Also ich fülle das hier oben, dass hier oben die Zacken gefüllt sind. Dann lege ich den Klangkörper an und dann fülle ich den Rest, sodass der Klangkörper schön mit Füllwatte umschlossen ist und nichts verrutschen kann. Und wenn ich das gefüllt habe, dann schließe ich hier unten die Wendeöffnung. So, mein Herzchen habe ich auch schon mal fertig genäht. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe ein Stück von dem ausgeschnittenen Stoff genommen und habe diese Bratschlauchfolie auf die linke Seite schon mal grob aufgesteppt. Also mit einer großen Stichlänge, Stichlänge 4 oder so. Einfach innerhalb der Nahtzugabe schon mal grob an dieses Stück festgenäht. Wenn man dann die beiden Seiten aufeinander legt und festnäht, dann ist der Bratschlauch schon mal fest und man braucht sich da keinen Kopf mehr drum machen. Also den Bratschlauch schon mal grob festgenäht. Dann die beiden Stoffhälften wieder rechts auf rechts aufeinander. Und das Bändchen zwischen die beiden Stoffschichten gelegt, sodass es innenliegend ist. So, zusammengenäht ist es. Jetzt wenden wir das Ganze. Auch hier könnt ihr gerne nochmal ein bisschen zurückschneiden. Noch weniger müsst ihr hinterher auseinander friemeln. Ihr könnt den Stoff auch so ein bisschen knipsen. Dann lässt er sich leichter in Form bringen, wenn man gewendet hat. Das ist bei Rundungen ganz gut. Müssen wir aufpassen, dass ihr euren Naht nicht mehr aufschneidet. So, bitte verliegen. So, bitte verliegen. So, das ist schon mal ein bisschen. Hier müsst ihr jetzt auch wieder mit dem Finger oder mit einer Schere oder was auch immer die Form gut ausarbeiten. Und dann auch hier die Wendeöffnung schließen. Ich mache das hier jetzt einmal knappkantig mit der Maschine. Bei so einem geraden Stück und bei so einem glatten Stück ist das kein Problem. in den anderen Teilen, die gefüllt werden, die dann so bauschig sind, wie du funktioniert hast, mit der Maschine nicht so gut oder will ich von ausschließen. So, Herzchen fertig. So, mein Rasselsternchen und mein Knisterherzchen sind fertig. Jetzt fehlt noch das Teddybärchen. Dann habe ich hier meine beiden Stücke. Die lege ich auch wieder rechts auf rechts aufeinander. Ich habe mir hier nochmal grob den Umriss von den Bärchen aufgezeichnet, wie er dann wirklich aussehen soll, dass das auch nach Bärchen aussieht, wenn es fertig ist. Und die nähe ich jetzt auch einmal rundum zusammen und lasse mir hier unten wieder eine Wendeöffnung. So, mein Bärchen ist rundum fertig genäht. Ich sag mal so, ich glaube Kinder nehmen das nicht so genau. Mal gucken, was daraus wird, wenn wir es jetzt wenden. Da ist mein Bännchen. So. 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 Kaffee Naja, ich sag mal so, ist nicht Puderbär, aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck. So, das fange ich jetzt auch an leicht auszustopfen und ich hatte ja vorgehabt, bei den Händchen und bei den Füßchen jeweils eine Perle mit einzuarbeiten. Also ich stopfe bis dahin aus, dann platziere ich die Perle und dann stoppfe ich den Rest dazwischen aus, dass die Perlen nicht mehr verrutschen können. Und natürlich am Ende Wendeöffnung schließen. Also mein Bärchen ist auch fertig. Ich habe mich gerade noch spontan dazu entschieden, noch so ein kleines Schleifchen, um den Hals zu machen, damit es ein bisschen netter aussieht. Das könnt ihr einfach drumbinden und dann von Hand eben mit ein paar Stichen festnähen, damit das Schleifchen nicht abgerissen und gegebenenfalls aufgegessen werden kann. Also das habe ich ausgestopft. Wie gesagt, hier bei den Händen und Füßen sind die Perlen drin. Das kann man auch ertasten, so soll es sein. Also, meine drei Anhänger sind fertig. Und ja, das war die Näharbeit an der Maxi-Cosi-Kette und jetzt geht es ans Auffängeln. Und dafür habe ich hier wieder meine Gummikordel. Und ich fange jetzt erstmal an, dass ich ein Ende zuknote. Schön festziehen, den Knoten. Dann ist hier auch diese ungefähr 5 cm Öse, wie bei dem Stück, was ich vorhin zum Ausmessen hatte. Dann schneide ich hier den Überschuss so ein bisschen ab. So, und jetzt geht es erstmal ans Auffädeln. Und ich fange damit an, dass ich erstmal ein paar von den Holzperlen auffädele. Wie das so richtig am Ende aussehen soll, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das entscheide ich jetzt spontan beim Auffädeln. So, und das ist jetzt ein bisschen Friemelarbeit, weil die Löcher der Perlen sehr klein sind oder die Gummikordel sehr dick ist, wie auch immer. Also, ich habe es vorher getestet, das geht so gerade eben. Aber es bedarf ein wenig Geduld und Gewalt. So, die Perlen sind endlich fertig aufgereiht, also gut, dass man ein Video schneiden kann, sonst werdet ihr jetzt zeugen stundenlangen Auffädelns dieser Holzperlen geworden, mit gelegentlichen Fluchen meinerseits. Aber gut, ich habe das jetzt mal vorbereitet, wie man so schön sagt, und jetzt ist alles gut. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch meine Anhänger anbringen, und dann ist meine Maxi-Cosi-Kette auch schon fertig. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, natürlich keine gerade Zahl, ist klar. Ja, 6, 5, 6, 6, so teile ich das auf, und hier zwischen die Perlen hänge ich jetzt meine Anhänger. So, dann mache ich jetzt oben ein kleines Knötchen rein in das Bändchen. 1, 1, 1, 1, Kupfer No, it's fine. No, it's fine. So, it's done. I'll show you again how it looks like a Maxi Cosi. Nachdem die Maxi Cosi Kette jetzt fertig ist, würde ich rückblickend betrachtet folgende Punkte anders machen. Erstens würde ich die Gummikordel noch länger lassen. Ich hatte ja am Anfang gesagt 65 cm. Da würde ich locker nochmal 5 bis 10 cm drauf packen. Ich meine, sie passt so jetzt, werdet ihr auch gleich sehen. Aber damit man einfach mehr Spielraum hat, vielleicht, dass die Kette auch noch ein bisschen mehr durchhängt, würde ich die länger lassen, also 70 bis 75 cm. Und hier bei den Anhängern, die Bändchen würde ich auch ein bisschen länger lassen. Da hatte ich gesagt 15 cm. Also da würde ich vielleicht auch nochmal 10 cm drauf packen, damit man vielleicht oben noch ein Schleifchen machen kann. Aber ansonsten war's das. Achso, bevor ich es vergesse, diese Sache mit dem Beißring mache ich jetzt doch nicht mehr, weil ich mich dazu entschieden habe, dass da jetzt schon genug Gedöns dranhängt. Wenn man da jetzt auch noch irgendeinen Beißring dranhängen würde, würde das Kind vor lauter Krempeln überhaupt nichts mehr sehen können. Deswegen Beißring, die Idee setze ich nochmal irgendwie anders um, aber nicht bei der Maxi Cosi Kette. So Leute, meine Freestyle Maxi Cosi Kette ist fertig. Ja, mir gefällt ganz gut diese Kombination aus Naturholz und Rosa. Das finde ich ganz schön. Und was ich auch gut finde, sind diese verschiedenen Funktionen, sage ich mal, mit Rasseln und Knistern und den Perlen zum Erfüllen und so weiter. Wie gesagt, ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen vom Maßlichen her, aber ich glaube, Ella kommt an alles dran und man kann die Sachen ja auch so runterziehen. Also das ist schon okay so. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und bei Fragen wie immer gerne und ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald!